Ich teile euch jetzt etwas mit von dem armen Inuit, der Sinnerlebtix ohne Shit nur hat gedacht an Suizid. Er hat dank einer Depression Freude am Sterben bekommen und hat gemerkt, es fehlt Munition. So geht er gleich gut bestellen davon. Kommt er im Internet, googelt er sich ein Sterbenbett und bucht einen Flug bei EasyJet, weil er in die Schweiz zu Exit will. Er hat sich zum Gehen, ein guter Haltnix, Fraueli so geschnappt und mit ins Einglug genommen. Doch als er fortissimo ist auf Sex das zu reden gekommen, hat sie Mitleid bekommen, hat ihn dann auch hinlassen. Doch auf seinem Bett und so ist sie einfach nicht recht gekommen. So sind sie beide ins Unglug gekommen.